Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde des Survival Endergames zu Endergames. Ich werde Beatboxer. Das hat sich geil angehört. Richtig geile Beats, oder? Richtig geile Beats, so viele Leute. Und ich verkack's nicht. Ich hab ein Feuerzeug. Da ist ein Tempel, da gehen wir rein. Wollen wir in den Tempel? Nein, da gehen wir nicht rein. Nicht in den Tempel gehen. Ich will ne Kiste. Ich bekomm da nie Kisten. Nie. Nie. Brauch Training, ich kann es nicht so gut. Nicht ganz so gut. Schutzzeit endet in 60... 60... Ernsthaft? Ich schwimm da rüber. Und dann werde ich mit ihm getauscht. Was soll die Scheiße? Du Missgeburt. Mann. Baum abbauen. Scheiße. Mann. Blöder Baum. Kiss den. retten. Dann werde ich wahrscheinlich gleich wieder getauscht. Ich brauch ja Essen mehr. Oh. Oh. Zwei. insei. Nice. Fünf Eisen. Das ist gut. Wie wär's mit einem Eisenschwert? Wow, Eisenschwert. Jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund, sag ich euch. Gleich. Kann man hier nicht irgendwie geportet werden? Geht das? es geht tatsächlich wunderbar den snacken wir uns renn doch nicht oh du Mist äh gesnackt haben wir uns den gesnackt mit einem Herzen sterb gleich das leckt wie scheiße warum leckt das so sieben Eisen hat er ich hatte Goldstiebbel was soll man dazu noch sagen toll natürlich gibt es gleich noch eine Runde bis gleich bis gleich und die zweite Runde Endergames mit den selben Spaßen die waren vorhin glaube ich auch schon dabei glaube ich und es geht los in 3, 2, 1 und ich hab mal wieder nichts ich bekomm da nie was ich bekomm drei Karotten ich mein ich bekomm nichts ich bekomm also drei Karotten halt yay drei Karotten und der andere Spaß ist auch wieder da Niklas was sagst du zu drei Karotten dann halt nett dann werfe ich sie weg findest du es besser findest du es besser oder was die smacke ich mir jetzt alle die smacke ich ihn weg 30 Sekunden dem snacke ich seine ich frage wie cool ich bin warte ich snack dem seine seine Werkbank snacke ich ihm weg oder dem den snacke ich die Werkbank weg dem snacke ich die Werkbank weg Warum habe ich das Eisen nicht eingesammelt, das wäre geil, wenn ich noch das Eisen dazu Ja, das war ich nicht Oh, drei Dears, drei Sechs Dears, ich habe sechs Dears und werde gesnackt gleich Weil der Spaß mir hinterher rennt, weil er jetzt aggro ist Sechs Dears Ich hatte sechs Dears Nein, sechs Dears Ich hatte sechs Dears Ich hatte sechs Dears Das war ein guter Anfang Und die letzte Runde, die verkacke ich jetzt wahrscheinlich auch so schön Aber ich hatte sechs Dears, ich hatte sechs Dears und ich habe mal wieder nichts Ich bekomme da nie, nie was Es ist traurig, ist das Du auch Komm, hup, hup Irgendwann bin ich so ein Skiller, das nebge ich dir alle weg Irgendwann Da ist meine Was Alter, das kann ja nicht wahr sein Ich glaube, ich hacke Werfbarer Trank des Schadens Sehr hilfreich Der mal noch hinter mir Nein Dann mache ich mir jetzt mal wieder ein tolles Eisenschwert, wenn ich das packe Ohne gekillt zu werden Eins Zwei Vier Fünf Okay, 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 okay Werk Fang Und es geht los Natürlich geht es los Vier Kann man sich mit vier Eisen irgendwas machen? Nix Ah, scheiße Socken Kann mir Eisensocken machen Die sind gemütlich, sage ich dir Ah, ich habe ja noch fünf Gold Kann ich mit Gold Ich bin der Beatbox-King Mann, klick mal nicht so laut Chill Ah, gestorben Hihi, er ist gestorben Viel Spaß beim Duschen Hier ist nichts Hier ist die Grenze Nichts ist hier Aber man kann sich ja da beamen Das ist wieder so ein ganz Beam-Ding Kann ich eigentlich Pfeile? Nein, ich habe natürlich auch keine Pfeile Tolle Scheiße Aua Wird man nicht immer zu gegnern? Also in die Nähe von gegnern? Nein, wird man nicht Oh Ja, da ist die Grenze Jippie Du hast das Ende der Welt erreicht Und wo sind Kisten? Ich fäng Da sind Kisten Also eins Oh, ho, ho, Kisten Jetzt geht es aber rund Sechs Kisten Und noch zwei Kisten Das sieht man Ich Nee Nee, 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 nee Mit einem Eisenhelm, nein, ist ja auch dumm Scheiße Scheiße Mann Nichts findet man Nichts Ich fotz mich jetzt mit irgendjemandem Wo ist jemand? Da ist jemand Mit einem Dierschwert Natürlich hat er ein Dierschwert Okay Das war's für heute Eine tolle dritte Runde Eigentlich waren alle Runden gut Und Irgendwann Also die nächste oder übernächste Gewinnen wir glaube ich sogar mal Also ich hoffe, dass wir die mal gewinnen Und Bis dahin Vielleicht gewinnen wir ja mal Bis dahin Ciao